Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Raub und hier geht es um die Themen Börseinvestment und Unternehmertum. Wir haben schon einmal eine Videoreiche gemacht. Ihr könnt euch erinnern mit dem Sündenportfolio, in dem wir über Sachen gesprochen haben wie Alkohol, Waffen usw. Das machen wir heute nicht, aber in Richtung Sünde geht es auch. Wir sprechen einmal über Trading-Sünden. Eine ganz wichtige Sache ist, dass ihr das Geld nicht wieder wegnehmen wollt. Wenn du wissen willst, was damit gemeint ist, dann bleib dran. Wir sprechen darüber. Stell dir folgende Situation vor. Du hast Geld gewonnen. Egal wie, ob du jetzt im Casino oder du hast deinen Lohn bekommen oder du hast deinen Unternehmerlohn bekommen, du hast einen Gewinn in deiner Firma gemacht. Dieses Geld hältst du jetzt in deinen Händen. Jetzt kommt ein Fremder und stiehlt dir dieses Geld. Der nimmt dir das einfach weg. Wie fühlst du dich jetzt? Denk mal kurz darüber nach. Wie würdest du dich fühlen? Du kannst auch eine Summe nehmen. Du hast gerade 1.000 Euro in der Hand gehabt. 5.000 Euro, 10.000 Euro. Jetzt kommt einfach irgendein Fremder und nimmt dir dieses Geld weg. Einfach so, weil er sagt, ich meine, wie würdest du dich dabei fühlen? Wahrscheinlich nicht so toll. Das passiert an der Börse fast täglich. Das Ding ist nur, da kommt kein Fremder, sondern du bist oftmals selbst der Dieb. Das heißt, du lässt dir oftmals Geld wieder wegnehmen. Ich möchte dir ganz kurz an zwei Beispiele zeigen, was damit gemeint ist. Wir fangen an. Ich habe hier mal einen Chart herausgesucht, und zwar von einem ETF. Du weißt, es gibt mittlerweile sehr viele ETFs, die auf Themen spezialisiert sind. Einer dieser ETFs ist zum Beispiel auf das Thema Cannabis spezialisiert. Es gibt mittlerweile viele Aktien oder Gesellschaften, die in diesem Bereich unterwegs sind. Der hier ist ein amerikanischer ETF, der heißt MSOS. Der ist ein gutes Beispiel dafür. Dieser ETF hat im Jahr 2021 vom 1. Januar bis zum 10. Februar 50% zugelegt. 50% hat er zugelegt. Das heißt, wenn du da 50.000 Euro investiert hättest, dann hättest du eben vom 1. Januar bis zum 10. Februar 25.000 Euro verdient. Dein Konto wäre von 50.000 auf 75.000 angestiegen. Jetzt siehst du allerdings aber auch in dem Chart, was ist danach passiert. Nämlich Mitte Juli warst du 2% im Minus. Das heißt, um das Ganze noch mal in Zahlen zu fassen. Du hast 50.000 Euro. Da werden jetzt 75.000 daraus und jetzt bist du wieder bei 49.000 Euro. Jetzt gibt es die Fatalisten, die sagen dann, naja gut, du hast ja nur einen Tausender verloren. Du bist mit 50.000 rein, jetzt hast du 49.000. Ist doch nicht so schlimm. Aber ehrlicherweise musst du sagen, du hast 26.000 verloren. Du warst schon bei 75 und bist wieder bei 49.000. Das heißt, du hast dir 26.000 Euro wegnehmen lassen. Jetzt wissen wir ganz genau, du kommst nicht da oben raus. Du kannst nicht am höchsten Punkt verkaufen und darum geht es auch gar nicht. Aber wenn du innerhalb von sechs Wochen 50% Gewinn machst, dann darfst du doch nicht zuschauen, wie es dir die nächsten vier Monate dieses Geld wieder komplett wegnimmt und dann sogar noch in den Minus reinkommt. Das ist vollkommen irre und das ist eine absolute Todsünde. Die passiert jeden Tag an der Börse. Börsianer haben hohe Gewinne und sie lassen sich diese Gewinne komplett wieder wegnehmen und umschreiben das dann noch so schön. Ich mache ja Buy and Hold und langfristig funktioniert das ja. Die ganzen Krypto-Jungs haben sogar ein extra Wort dafür erfunden. Die sagen, ich hodl ja. Das sind dann die Verrückten, die dann irgendwie hier bei 30.000 oder bei 40.000 Bitcoin kaufen. Das geht auf 65.000 und dann, wenn es bei 30.000 ist, sagt man, ich hodl ja. Langfristig geht es ja da und dahin. Das kann man auch nicht schön umschreiben. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm und es ist eine Todsünde, die sich davon abhalten wird, jemals richtig viel Geld an der Börse zu verdienen. Ich zeige dir noch ein Beispiel, was auch krass ist. Ich habe natürlich ganz bewusst jetzt sehr krasse Beispiele herausgesucht. Wir könnten das aber auch mit dem S&P machen. Wir könnten das mit vielen anderen Aktien machen. Das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Wir können es mit einer Microsoft-Aktie machen. Egal, mit was. Das funktioniert mit allem, weil es immer so ist. Wir schauen uns mal an eine Aktie, die auch im Jahr 2021 schon seit Beginn des Jahres sehr stark im Fokus stand. Nämlich die Virgin Galactic. Die Virgin Galactic ist eine Firma, in der das Raumfahrtunternehmen von Richard Branson eingebracht wurde. SPACE ist das Kürzel, also SPCE an der New York Stock Exchange. Jetzt machen wir hier mal etwas ganz Simples. Auch hier der Chart wieder. Wir kaufen am 21. Januar den Ausbruch auf ein neues Hoch. Die Aktie geht nach oben und wir kaufen einfach, macht eine Konsolidierung, und dann kaufen wir ganz stumpf den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Was passiert? Innerhalb von nur neun Handelstagen steigt diese Aktie um 75 %. Das bedeutet, wir nehmen wieder diese 50.000 €. Neun Tage später hast du aus 50.000 € 87.500 € gemacht. Du liegst 37.500 € vorn. Drei Monate später bist du jetzt 30 % im Minus. Das heißt, aus deinen 50.000 €, die mal 87.500 waren, sind jetzt 20.000 € geworden. Da gibt es einfach Menschen, die sagen, ich glaube ja langfristig an das Unternehmen. Ich bin da langfristig dabei. Ich denke mir aber, warte mal, du investierst 50.000 €, der Markt schenkt dir, weil das ist ein Geschenk, wenn es in neun Tagen so schnell geht, 37.000 €. Dann schaust du zu, wie er dir die 37.000 € wieder wegnimmt und dann nochmal 30.000 € aus deiner eigenen Tasche. Wie dumm ist das denn? Das ist ja ungefähr so, wie wenn du die Straße lang gehst, findest du einen 100-Euro-Schein, hebst den hoch und sagst, super, ich habe 100 € gefunden. Dann kommt einer und nimmt dir nicht nur diese 100 € weg, sondern sogar nochmal 100 € aus deinem eigenen Portemonnaie und du sagst, naja, aber die Chancen, dass ich wieder 100 € auf der Straße finde, sind doch ziemlich gut. Wie gesagt, das kann man nicht schönreden. Es ist eine Todsünde. Es ist im Trading eine Todsünde. Es ist eine absolute Sünde, wenn du sowas machst. Das ist einfach unglaublich dumm. Das verhindert auch, dass du jemals großes Kapital aufbaust. Es geht nicht darum, dass du diese 75 % oder diese 50 % von vorhin komplett mitnimmst, weil du da oben nicht rauskommst. Das kannst du auch nicht wissen. Wenn du mit einer Aktie 3 % im Plus bist und die geht danach ins Minus, auch das ist okay. Aber wenn du zweistellig, dreistellig im Plus bist und danach verlierst du all das wieder, nicht nur das, was du gewonnen hast, sondern sogar vielleicht noch ein bisschen mehr, dann hast du grundlegende Dinge an der Börse nicht verstanden. Ich habe vorhin das Beispiel Microsoft erwähnt. Die Microsoft-Aktie macht im Jahr 1999 ihr hoch, fällt danach um über 70 % bis ins Jahr 2008. Es dauert 13 Jahre lang, bis die wieder das alte hoch erreicht und darüber hinaus geht. Da kann mir keiner erzählen, dass er dann sagt, buy and hold ist eine gute Geschichte. Wenn ich eine Aktie halte, die fällt 75 % und dann muss ich 13 Jahre warten, bis sie wieder nach oben geht. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Die meisten Leute, was würden die übrigens machen? Was machen die dann mit einer Space Galactic, wie wir sie hier hatten? Was machen die dann mit so einem ETF? Die verkaufen, wenn sie dann wieder unten sind. Wenn sie es wenigstens durchhalten würden mit ihrem buy and hold, dann haben sie wenigstens noch die Chance, dass es da hingeht. Aber die meisten halten das ja auch mental nicht durch, sondern die würden dann genau am Tiefpunkt verkaufen. Das heißt, sie trauen sich nicht, das Geld vom Tisch zu nehmen. Wenn es dann aber Minus sind, sagen sie, okay, dann verkaufe ich jetzt. Das ist einfach sehr, sehr dumm. Das passiert ganz, ganz häufig. Das soll jetzt hier kein erhobener Zeigefinger sein. Warum? Weil ich das alles kenne. Weil mir das genau so passiert ist. Ich habe genau dieses selben Fehler gemacht. Mein großes Ding war damals im neuen Markt. Von 1996 bis 1999 bin ich 1996 eingestiegen. Ich habe bis in den März 2000 den Aufwärtstrend am neuen Markt mitgemacht. Ich habe für meine damaligen Verhältnisse gutes Geld verdient. Ich habe mir dieses Geld komplett und noch ein bisschen mehr bis ins Jahr 2003 wieder wegnehmen lassen vom Markt. Da war keine andere Schuld. Ich habe damals gedacht, die Börse sind schuld, die Aktien sind schuld und die Vorstände sind schuld usw. Nein. Der Einzige, der diesen Fehler gemacht hat und der schuld war, das war ich selber. Daraus habe ich aber was gelernt. Nämlich, dass es dumm ist. Deswegen mache ich das nicht mehr. Wie kannst du das machen, dass du dir dieses Geld nicht wegnehmen lässt? Man kann nicht sagen, das ist alles schlimm, aber das ist die Regel dafür. Erstens, du brauchst eine Regel. Du brauchst eine Regel, wie du Gewinne mitnimmst. Da gibt es viele Möglichkeiten. Trailing-Stops, Gewinnziele, Fibonacci-Extensions, was weiß ich. Da gibt es ganz viel. Das spielt auch nicht so sehr die Rolle. Wichtig ist nur, dass du irgendwas machst. Wenn du keine Regel hast, wo du deinen Gewinn mitnimmst, dann entscheidest du nach Bauch. Wenn du aber nach Bauch entscheidest, dann bist du ein Glücksspieler. Dann bist du kein professioneller Investor. Viele sagen, ich bin doch ein Investor. Deswegen muss ich doch Buy and Hold machen. Hört auf, das zu glauben. Wer auch immer euch das eingeredet hat. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der Buy and Hold favorisiert und nicht dennoch immer mal wieder was verkauft. Es wird immer gesagt, Warren Buffett macht Buy and Hold. Das stimmt. Er hat die Absicht, wenn es geht, Aktien so lange wie möglich zu halten. Das haben wir auch. Ich möchte am liebsten eine Aktie gar nicht verkaufen. Solange sie steigt, behalte ich sie natürlich, weil ich dann Geld verdiene. Aber wenn sie nicht mehr steigt, gibt es doch keinen Grund, in dieser Aktie zu sein. Wenn sie mal 3% korrigiert oder auch 10% korrigiert, ist ja nicht so schlimm, aber wenn sie 20%, 30%, 40%, 50% korrigiert, dann sollte ich mein Geld da drin lassen. Es gibt keinen Grund. Schau dir Immobilienleute an. Jeder, der mit Immobilien richtig viel Geld verdient und verdient hat, zwischendurch mal verkauft. Nämlich, wenn er gesagt hat, es ist alles überbewertet, es fängt an zu fallen, verkaufe ich. Und zwar an diejenigen, die daran glauben und kaufe es denen dann unten wieder günstig ab. Das heißt also, was du brauchst, ist eine Regel. Wenn du solche Regeln nicht hast, dann wird die Börse für dich immer ein Glücksspiel sein. Du gewinnst, du verlierst und dann gilt aber, am Ende gewinnt immer die Bank. Wenn du nicht gewillst, dass die Bank gewillt, dann brauchst du Regeln. Wenn wir dir helfen können, solche Regeln aufzustellen, dann bewirb dich bei uns auf ein kostenloses Erstgespräch unter www.jensrawe.de-termin. Dann kannst du mir sagen, was hast du für Regeln? Welche Regeln fehlen dir? Wo siehst du dich eher glücksspielmäßig unterwegs? Hast du ein Gefühl, wann du rein und raus musst? Wenn nein, dann können wir dir dabei helfen. In diesem Sinne. Ich wünsche dir viel Erfolg. Begehe nicht diese Sünde. Lasse dein Geld, was du einmal hast, nicht wieder wegnehmen. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Servus. Bye, bye. Schuss. ... ... ... ...